Hallo liebe Zuschauer und Freunde, in meinem heutigen Videobeitrag geht es um das Thema Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs und das ist gerade im Moment ein wichtiges Thema aus zwei Gründen. Einerseits erleben wir den unglaublichen Druck, der aufgebaut wird auf den Verkehrssektor über die Europäische Union. Sie erinnern sich, man möchte dort die CO2-Emissionen massiv senken. Man hat da Einsparziele von 55 Prozent nochmal verschärft im Vergleich zu 1990. Das heißt, es ist ein unglaublicher Anspannungsgrad. Und der andere Punkt ist der, dass gerade im Moment der öffentliche Personennahverkehr irgendwie gar nicht mehr so nachgefragt ist, weil viele Leute eben den Individualverkehr bevorzugen. Das ist einerseits das Fahrrad und andererseits das Auto. Und genau deshalb leidet der öffentliche Personennahverkehr momentan sehr stark finanziell und das ist etwas, was hier eben diskutiert wurde heute von Experten und wie man da rauskommen kann. Und da gibt es einige interessante Entwicklungen, die ich Ihnen sagen möchte. Wir als AfD-Fraktion stellen uns hin und sagen, ja, wir wollen zwei Dinge. Wir möchten einen sicheren und gut finanzierten öffentlichen Personennahverkehr und müssen dazu geschlossene Systeme haben, so wie sie im Ausland, da wo der öffentliche Personennahverkehr funktioniert, eben auch sind. Das haben die Experten heute in dieser Anhörung verneint, dass das nicht das Ziel sei. Die Begründung sei, dass ich wirtschaftlich nicht rechnen würde, weil die Schäden aus Schwarzfahren nicht so groß sind, dass ich die Investitionskosten in geschlossene Systeme rechne. Ja, aber es gab auch noch eine Zusatzformulierung, die hat erkennen lassen, dass das vielleicht nicht der einzige Grund ist. Der Punkt ist vielmehr, dass man hier tatsächlich das Signal setzen möchte. Man möchte barrierefreie, frei zugängliche ÖPNV-Systeme, damit der ÖPNV überhaupt angenommen wird. Interessant. Wie sich die Leute im ÖPNV fühlen, das scheint offensichtlich nicht so wichtig zu sein, wie die Anreizschwelle überhaupt den ÖPNV zu nutzen. Und da sind wir auch bei einem weiteren Thema. Natürlich ist es ein Thema, das vor allen Dingen die ländliche Bevölkerung betrifft. Die spannende Frage ist, kann man den ÖPNV auf dem Land so ausbauen, dass er dort das Auto als Hauptverkehrsmittel ersetzt. Es gibt ja das Propagieren der Ziele, der Ausbauziele des ÖPNV. Da möchte man eine Verdopplung des ÖPNV erreichen. Und das ist uns heute auch wieder erzählt worden. Da hat eine Vertreterin von Verdi ganz klar gesagt, man kann den ÖPNV, die Nutzung des ÖPNV erreichen, Verdopplung des Angebots. Dafür braucht man 10 Milliarden. 10 Milliarden Euro jährlich zusätzlich zu den heutigen Kosten. Gut, nehmen wir mal an, man schickt nun die Züge in der Taktung und die Busse in der Taktung, dass man das jetzt alles viel häufiger macht und auch ins entlegenste Dorf. Was passiert dann? Auch das wurde uns heute erklärt. Es gibt ein Problem des ÖPNV im ländlichen Raum. Die Leute im ländlichen Raum akzeptieren kein Bedarfsangebot. Das ist sehr unpopulär. Die Leute wollen dort auch eine regelmäßige Bus- oder Bahnlinie. Und selbst wenn man das alles macht, selbst wenn man das alles dort auch auf dem Land einführt, hat man ungefähr ein Potenzial von 15 bis 20 Prozent Steigerung. 15 bis 20 Prozent. Postuliert waren 100 Prozent. Das heißt, ich fasse das kurz zusammen, mit diesen Methoden schafft man das Ziel, das Auto im Prinzip auf dem ländlichen Raum zu entlasten oder sagen wir mal so etwas weniger zu nutzen, das schafft man nicht durch ein Angebot. Und dann fiel ein Wort, das in einer solchen Anhörung einen immer aufhorchen lassen. Wie könnte man denn diese Ziele erreichen? Auch dazu hat sich jemand ausgelassen, hat der Herr Hentsch, hat dort ganz klar gesagt, ohne diktatorische Maßnahmen kann man ein Umsteigen der Personen vom Individualverkehr, vom Auto zum ÖPNV offensichtlich nicht erreichen. Ohne diktatorische Maßnahmen ist eine Steigerung lediglich im genannten Rahmen von 15 bis 20 Prozent möglich. Okay. Und dann gab es eine interessante Anekdote oder ein interessantes Zitat von Herrn Professor Knie, ein bekannter Verkehrsexperte, dort nicht gerade als Autofan in der Vergangenheit aufgetreten. Und dieser Professor Knie hat dann auch etwas sehr interessantes formuliert. Er hat gesagt, der aktuelle Anteil des ÖPNV am Verkehrsvolumen beträgt fünf Prozent. Sag nicht ich, sagte er. Und er sagte gleichzeitig, und das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Und gleichzeitig sagte er, dass der ÖPNV, ich zitiere jetzt, der ÖPNV war eine gute Idee, als es das Auto noch nicht gab. Das hätte auch von mir sein können. Aber es ist nicht von mir. Es ist von einem Verkehrsexperten, der hier ganz klar sagt, der ÖPNV ist nicht konkurrenzfähig mit dem Auto als Verkehrsmittel. Komma, wenn man den Leuten die freie Wahl lässt. Und dann hat dieser gleiche Professor Knie noch was hinzugefügt. Er hat eigentlich gesagt, wer hat eigentlich erfunden, dass man das Auto im öffentlichen Raum abstellen darf und kann man das nicht vielleicht sogar wieder verbieten. Da sind sie unsere diktatorischen Maßnahmen. Und das ist genau das, was hinter dem Plan der EU steckt. Es geht nicht darum, ein Angebot freiwillig zu schaffen. Theoretisch ist es so, man möchte dieses Angebot schaffen. Und wenn sie es nutzen, dann ist das schön. Wenn sie es nicht nutzen, dann werden sie dazu gezwungen. Es geht darum, das Auto, im Endeffekt das privat genutzte Automobil, in weiten Teilen zu verbieten und abzuschaffen mit diktatorischen Maßnahmen. Das ist im Grunde genommen der Kern dieser EU-Politik, die auch hier, die auch hier in Deutschland umgesetzt werden soll. Und EU-Politik ist eine, sag ich mal, könnte man sagen, ist eine grün-linke Idee. Nein, es ist nicht. Es ist die EU-Politik der Kommission, die von einer CDU-Frau, Frau von der Leyen, angeführt wird. Und damit ist es auch die Regierungspolitik hier in Deutschland. Und das ist bemerkenswert, das sollten Sie wissen. Es gibt konkrete Pläne, wie das Autofahren immer weiter erschwert wird. Und es gibt sogar Ideen und Vorstellungen, das Auto im öffentlichen Raum, zumindest das Abstellen des Autos im öffentlichen Raum, komplett zu verbieten. Das wollte ich Ihnen mitteilen. Sie können es auf eins verlassen. Wir kämpfen dagegen. Wir kämpfen für den Erhalt des Automobils. Und das heißt nicht, wir sind gegen den ÖPNV, aber wir wollen, dass Sie die Wahlfreiheit haben. Und das ist das Ziel unserer Politik. Vielen Dank. Vielen Dank.